Moin Leute, seid alle begrüßt, also ganzen Funker-Gruppen, eingeschlossen von der M-01, betrifft in dem Fall erstmal größtenteils nur die PLZ0-Funker. Und zwar ist am 7. Oktober in Dresden in der Messe an der Uni in der alten Mensa in Anführungsstrichen Funkertreffen, oder was heißt Funkertreffen, ist Funkmesse. Ein paar Leute haben schon zugesagt, dass wir uns da treffen. Ich würde mich freuen, vielleicht noch ein paar Leute mehr zu sehen. Wie gesagt, ich bin definitiv mit verbeten. Es ist immer interessant, es gibt alte Technik zu sehen, es gibt auch alte Technik zu kaufen. Und wie gesagt, vielleicht ist jemand, dem es noch interessiert, du bist mit dabei. Vielleicht ist der PLZ1. Ist ja Univideck in Dresden. So, und ein paar Leute von uns kommen halt, wird ein kleines Treffen, Lars in den USO. Und ja, noch ein anderes Thema ist, wir planen jetzt am 3. Oktober eine kleine Funkrunde unter uns in der PLZ0. Man wird sehen, wem man erreicht, wie man sich erreicht. Vielleicht tun sich noch ein paar angrenzende Postleitzahlen mit hinzuwügen. Ich weiß, dass einer von unseren Amateurfunkern schon weitergreifend in die Postleitzahl 6 was ausgemacht hat. So, und mal sehen, was da funktioniert, was geht. Wir hoffen mal, dass das Wetter mitspielt. Und Uhrzeit ist so, ja, wahrscheinlich schon ein kompletter Tag. So von vormittags, denke ich mal, ab um 9, um 10 rum, werden etliche sich von uns irgendwo auf die Berge begeben, dass die Reichweiten besser sind. Und drückt uns mal die Daumen, dass das Wetter mitspielt, was wir mal testen können. Soll mal ein Anfang sein, kleine Anregung sein, vielleicht für andere Postleitzahlengruppen, die sich vielleicht noch nicht so vernetzt haben. Wie gesagt, wir werden ein kleines Feedback geben. Ich denke mal, von mir wird noch ein kleines Video folgen, um mal so ein bisschen zu zeigen, für die, die nicht so gut ausgestattet sind und nicht so gut vernetzt sind, in dem Sinne, dass man sagen kann, Leute guckt, das und das ist möglich über den Punkt, was Reichweiten betrifft, was die Technik betrifft, was einfache Technik betrifft. Und ja, ich hoffe mal, vielleicht kommt noch jemand dazu, aufs Band, man weiß es ja nicht. In dem Sinne, liebe Grüße von mir und 73.